Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala muhammadin wa alihi muhammadin. Zua für den dreißigsten Tag im Ramadan. O Allah, mach an diesem Tag mein Fasten danken und akzeptieren, so dass es dich und deinen Gesandten zufrieden stellt. Die Äste sollen durch die Wurzeln gestärkt werden, um unseren Fürsten Muhammads und seine reinen Familie willen. Gepriesen sei Allah dem Herrn der Welt. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi muhammadin.